Yo moin Leute, willkommen zu einem neuen Video, Q's wieder am Start und das ist das erste Video einer neuen Videoreihe und zwar werden wir in dieser Videoreihe darüber sprechen, wie man möglichst gut in Ranked Games gewinnen kann, wie man sich alleine hochcarrying kann, ja wie man allgemein in League of Legends besser werden kann, wir werden uns die verschiedenen Lanes angucken und so weiter und passend dazu habe ich dieses Video jetzt gemacht und ich möchte euch in diesem Video einfach meine eigene Meinung zu Elohel mitteilen und ich denke das ist ein guter Start für diese Videoreihe und auch ein ziemlich notwendiger Start, denn das ist ein wichtiges Thema finde ich und das wollte ich zu Anfang einmal durchgesprochen haben. Für die Leute die nicht wissen was genau die Elohel ist, das ist im Prinzip der Elobereich bei dem viele Spieler meinen, dass sie auf gar keinen Fall, egal wie gut sie sind, aus eigener Kraft sich da rauscarrying können, denn es gibt immer irgendjemanden der feedet, es gibt immer jemanden der AFK geht und im Prinzip steht einem immer das eigene Team im Weg und die Leute die an ein solches Phänomen glauben, sind der Überzeugung, dass sich das in Bronze, im Silberbereich abspielt und manchmal auch noch im Goldbereich. Das Ganze wurde ja schon sehr oft in vielen Videos und auch in ganz vielen verschiedenen Foren besprochen und jedes Mal hieß es nein, es gibt keine Elohel und das gängigste Argument dabei war immer, jedes Team hat im Prinzip 5 Spieler, also 5 potenzielle Spieler und AFKler im gegnerischen Team und nur 4 im eigenen, da man selber ja nicht AFK geht und da man selber ja auch gut spielt. Also ist theoretisch die Chance zu gewinnen höher als zu verlieren und ich werde in diesem Video auch nicht wirklich was anderes behaupten, denn das ist im Prinzip ein Fakt, den keiner kleinreden kann, wobei man hier einige Dinge klarstellen muss, finde ich. Da wir hier von Wahrscheinlichkeiten reden, geht es auch ein Stück weit ein bisschen um Glück und in der Biologie oder auch in der Mathematik zum Beispiel ist das ja so, dass je mehr Versuche man durchführt, um etwas zu beweisen oder etwas in die Richtung, dann braucht man mehrere Versuche, denn je mehr Versuche man durchführt, desto klarer und genauer wird auch das Endergebnis und genauso ist das meiner Meinung nach im Elo-System, je mehr Spiele ihr habt, desto richtiger ist die Elo, in der ihr euch gerade befindet. Also vereinzelt kann das Glück am Anfang eine Rolle spielen, aber es gibt halt keine Chance, dass dadurch eure Elo auf lange Sicht positiv oder negativ irgendwie beeinflusst wird und man braucht so 200 bis 300 Games, denke ich, bis man so in eine Elo kommt, in die man wirklich reingehört. Diese Theorie, dass Glück euch negativ oder auch Pech euch negativ oder positiv am Anfang ein bisschen beeinflussen könnten, trifft aber natürlich nur zu, wenn Mitspieler und Gegner in demselben Game ungefähr das gleiche Skill-Level besitzen. Ein Diamond Smurf zum Beispiel, dem dürfte es ziemlich egal sein, ob er gerade Pech hatte und seine Mitspieler gerade nicht so gut sind in der Runde, denn er sollte im Prinzip alleine in der Lage sein, die vier Mitspieler, die er in seinem Team hat, zu carryen, wenn man ihn in eine Silber- oder Bronze-Elo packt zum Beispiel. Denn das Skill-Level, das dieser Spieler hat und der momentane Skill-Bereich, in dem er sich gerade befindet, sind einfach so weit auseinander, dass er so eine überragende Leistung bringen müsste. Dadurch werden halt diese schlechten Spieler ausgeglichen durch diese überragende Leistung, die er bringt und er muss das einfach schaffen. Ganz einfach, weil das so zwei verschiedene Dimensionen sind, versteht ihr? Das ist einfach so weit auseinander, er muss das hinkriegen. Ein Silber-Spieler hingegen, wenn er eigentlich in eine Gold-Elo zum Beispiel gehört und er ist gerade Silber-1 und gehört in Gold-5 oder Gold-4, sagen wir mal, dieser jemand bräuchte viel, viel mehr Zeit, sich alleine hochzukarrieren, da er zwar immer so ein bisschen besser spielt als die Leute um ihn herum, aber das reicht halt nicht aus, um das Spiel im Alleingang zu gewinnen. Also er schafft es einfach nicht, vier Leute zu tragen, obwohl er immer ein bisschen besser spielt als alle anderen. Und genau da entsteht meiner Meinung nach die Elo-Hell oder zumindest die Annahme, dass es eine Elo-Hell geben würde. Also kann diese sogenannte Elo-Hell in jedem Elo-Bereich vorkommen meiner Meinung nach und ist im Prinzip nur eine Bezeichnung für die kleine Zeitspanne, in der ihr besser seid als der Durchschnitt, aber noch nicht gut genug, um aufzusteigen. Und ich kann euch versichern, dass es in jedem Elo-Bereich, wirklich in jedem Elo-Bereich, Leute geben wird, die AFK gehen, Leute geben wird, die Feeden werden und auch Leute geben wird, die die ganze Zeit am Flamen sind und nicht richtig spielen. Das wird es immer geben, egal wo ihr euch befindet. Challenger weiß ich nicht, da wahrscheinlich nicht, aber das gibt es in Diamond, das gibt es in Platin, das gibt es in Gold, das gibt es in Silber, das gibt es in Bronze. Hundertprozentig gibt es das überall. Ich finde, das ist einfach, ja, das ist einfach so, wie die Leute sind, so. Das ist einfach so, die Anonymität des Internets bringt das einfach mit sich. Und das gibt es in jedem Spiel, nicht nur in League of Legends, das gibt es überall und das wird es auch in jedem Elo-Bereich geben. Und dass es solche Leute nur in der Elo-Hell gibt, ist einfach eine falsche Annahme. Das dachte ich früher auch, heutzutage sehe ich es ja selber, es ist einfach nicht so. Solche Leute gibt es überall, da kann man auch nichts gegen machen. Und es wird euch auch später, wenn ihr irgendwann mal hart genug an euch gearbeitet habt und irgendwann vor Diamond steht und Platin 1 seid und diesen Schritt nicht schafft, weil ihr immer ein bisschen besser spielt als die Leute um euch herum, aber noch nicht gut genug, um da reinzukommen, dann werdet ihr euch auch immer sagen, oh Gott, mein Team, ich habe es nur wegen dem Team wieder nicht geschafft. Ich stand zum Beispiel, keine Ahnung, 8-3, hatte mehr Farm als der gegnerische Midlaner, Jungler, was auch immer, aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, alleine zu carryen. Das wird euch passieren. Und normalerweise würde da ein Bronze- oder Silberspieler jetzt sagen, natürlich nicht alle, aber einige, dass es aufgrund der Elo-Hell nicht möglich ist. Aber das ist es einfach nicht. Das ist einfach diese kurze Zeitspanne, die ich euch eben gerade erklärt habe. Und da geht wirklich, da werdet ihr durch müssen und da werdet ihr überall immer durch müssen. Es gibt immer so eine kleine Elo-Hell halt in jedem Elo-Bereich, wo ihr einfach ein bisschen stecken bleibt. Da müsst ihr einfach noch ein bisschen härter an euch arbeiten und dann geht es ganz von alleine. Und genau deswegen mache ich ja diese Videoreihe, damit Leute, die vielleicht nicht so weit sind, ein bisschen was lernen können und leichter sich hochcarrying können, in was für einer Elo auch immer ihr euch gerade befindet. Und ich finde, das ist auch eine Frage der Mentalität, die ihr gerade habt. Wenn ihr immer nur sagt, ich spiele eigentlich gut und die um mich herum spielen scheiße, deswegen schaffe ich es nicht raus, dann werdet ihr auf jeden Fall eine schwere Zeit haben. Wenn ihr aber versucht, an euren Problemen zu arbeiten, beziehungsweise erstmal eure Probleme zu finden, das ist so der schwerste Schritt, daran zu arbeiten, ist dann das leichtere. Am schwersten ist es, sich das wirklich einzugestehen und diese Probleme oder Fehler eigentlich zu finden. Und wenn ihr, sobald ihr das geschafft habt, kommt ihr da auch früher oder später raus. Kommt halt drauf an, wie hart ihr an euch arbeitet. So in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dann. Bis zum nächsten Mal.